Ja, da sieht man ja, da ist der Baum davor. Ja. Bleibst du da oben, Nabil, oder kommst du da? Oh Mann, ey, brengst du denn hin? Ja, hier rüber, ich war noch vorhin schon da, komm mit. Ach dort. Robin, äh, wie sieht da mit den Hochhäusern aus? Ja, seid ihr da in diese Lücke reingelaufen? Ist alles leer. Die sind nicht Partyhaus, die sind... Die sind... Im Hochhaus, im Apartment, im Hintersten. Oh, stimmt, stimmt, von links. Stimmt. Was? Stimmt, von nach vorne. Die sind hier bei mir irgendwo. Nee, die sind hier in dem blauen Häuschen, in dem Essenshäuschen, Jungs. In dem Essenshäuschen. Ach, hier in dem. Echt? Boah, Alter, ihr seid voll weit weggelaufen, ne? Nee, aber ein Stimm kommt von links. Ja, die sind hier bei mir irgendwo in der Nähe. Von links hab ich nichts gehört, ich hab die Schüsse nur gehört hier rechts. Robin? Ja, das ist für mich so an... Appartments, Doppel-Appartments. Ja. Wo schießen die noch mal hin? Weil es ist direkt vor mir und es ist übel. Oh, fuck. Auf euch oder wie? Oh, dort... Ja, auf uns, auf uns! Die sind in der Mauer eingeschlagen, die Schüsse grad vorne, dort an der Kirchenmauer. Nee. Doch, da ist einer dahinter, da ist einer bei der Kirche hinter. Oh, dann geh ich hier weg. Nein, der ist dort eingeschlagen, der Schuss. Ja, aber wenn er dahin schießt... Ich geh mal ins Partyhaus. Ich geh auch ins Partyhaus. Weil hier hab ich nämlich vorne auch abgeschossen. Geh mal nach ganz oben. Ich hab gar keine Waffe in der Hand. Verdammt. Wer besser ist? Ja, die nimmt er nicht. Oh, die schießen auch nicht. Oh! Ach ne, da ist Nils. Wer steht hier unten? Manuel ist hier unten? Ich bin unten, ich bin unten, ich bin unten. Ich hab rot. Du nehmt die Bestole nicht in die Hand, ich krieg die Krise, ey. Wo seid ihr? Partyhaus. Wo? Was ist das Partyhaus, ne? Ich war da nicht dabei, wo ihr da Party gemacht habt. Ich war da nicht dabei, wo ihr da Party gemacht habt. Ich weiß, Partyhaus ist das... Wie soll ich's erklären? Das ist dieses komische Haus, was so schräg an der Straße steht. Dreckst du schon hochgegangen? Ich bin ganz oben. Direkt an den Appartements oder da? Nein, nein, nein. Ja, da vor. Ist blaue. Dieses... Ist hell, oder? Ja, dieses höher. Da... Oh, ich hör sie wieder reden. Hä, wo reden denn die? Das kann da nie so weit von den Appartements gewesen sein, dass wir... Die sind vielleicht in dem Haus hier hinter uns. In diesem Raum mit dem Tunnel. Genau. Wo wir gerade durchgelaufen sind. Ja, 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 da stehe ich auch. Es kann sein, dass die da sind. Da sind die drin. Da hätten die uns jetzt gerade auf dem Hinterhof gesehen. Da kann man nicht rausschießen. Achso. Sag mal, ob die das blaue Haus rein, ich weiß es gar nicht. Ja, aber nicht alle Fenster sind so zu von hinten. Ja, von hinten. Du kommst aber vorne raus. Kannst du rausgucken, glaub ich. Und da kommen jedenfalls die Stimmen mehr. Ja. Ja, aber die Schüsse kommen von den Hochhäusern. Ja, das stimmt. Die Stimmen sind meistens nur Bambis. Wie? Der schießt dauernd! Wie, den Muni hat der denn? Das stimmt wieder so. Fake Muni. Ey, ist das ein Bug oder was? Ein Sound-Bug oder ist das echt Schuss? Ne, ne, der schießt. Es auch. Ja, das, das... Ey, du da im Gebäude, sagt der Heiner. Hä? Im Ernst? Das kann uns ja noch sehen. Ja, das hab ich auch verstanden. Ich hör gar keinen Sprechenden, ich hör nur die Schüsse. Permanent. Die sind... Ich hab verstanden, ey, du da im Gebäude. Bei dir links sind die, Nabil. Die sind nicht im Apartment, die sind in dem Haus dahinter. Robin, wenn du an den Apartments vorbeiguckst, ne? Ja. Also links davon vorbeigucken. Kommt doch da so ein kleines Häuschen, was nur ein Stockwerk hat. Ah, ich seh, wo er schießt. Im Apartment drinnen. Wo? Ja, doch. Ja, oder? Willst du nicht nach uns kommen, Nabil? Irgendjemand steht da. Wo seid ihr denn? Ich stehe draußen. Guck jetzt nach vorne auf die Straße, die ganze Zeit. Lauf, lauf die Hauptstraße rüber. Genau, wenn der Haupteingang rausläuft, also den Eckeingang... Aha. Der links rüber laufs. Einfach grad... Ne, einfach lauf gerade rüber. Lauf gerade rüber. Wo das Ding... Wo das Fenster da kaputt ist. Ja, hier... Wir sinds Fenster kaputt, ganz oben, ja. Ah, Manu, ich seh dich. Das war ich, das war ich. Habt ihr mich gesehen? In dem Haus seid ihr? In dem Haus, das ist Partyhaus. Alles klar. Okay, dann weiß ich das jetzt auch. Oh, mach die Tür zu am besten. Ich wollt' denen ja nur zeigen, wo's reingeht. Ja, ich komm. Jetzt weiß jeder, wo er Partyhaus ist. Ja, auch die Gegner. Müsse wieder ein 4, einmal kurz. Sag, weil du reinkommst, bitte. Okay, ich geh jetzt die Treppe runter. Achso. Und renn raus. Komm. Komm, der nimmt's auf dir schießen. Der schießt was. Ja, wieder von links. Ja, aber was ist los mit dem Typ? Hat der da irgendeine Mausteine eingelämmt? Mach mal Schütze, mach Schütze, mach Schütze. Mach Schütze, mach Schütze. Ah, die Tür zu. Der hat auch gebackte Muni, klar. Wir müssen noch töten. Kampf gegen die Schütze. Wo bist du? Immer noch an dem Haus. Hier müsst ihr mit... Hier müsst ihr am besten mit Schüft gehen. Wenn ihr geht, Schüft haltens. Ja, aber ist leise. Ist aber nicht so laut. Weil wenn ihr mit Schüft macht, dann... Ja, hörst du auch. Ich geh jetzt hier langsam. Du deinem Gebäude. Das hörst du nur selber. Das hört der andere nicht. Ey, der hat schon wieder gesagt, du deinem Gebäude. Das hab ich aber auch wieder verstanden. Warum hör ich die nicht? Von rechts hörst du mal ruhig. Da ist ein Bambi vor der Ecke. Auf uns! Von wo? Ist doch hier eingeschlagen an der Wand. Oder auf mich. Du brauchst keine Angst zu haben, sagt der ich. Der Typ, der redet mit sich. Ich hab mal gesehen, dass ich wer ins Apartment reinglitschen kann. So wie beim Gefängnis, ne? Hä, das Ganze hat uns jetzt auf einmal. Also nicht... Der schießt wieder gegen die Mauer. Ich will hier weg, Jungs. Aber wohin? Kann mal einer von euch von dem Party aus die Tür aufmachen? Ich will der jetzt sofort rein sparen. Jo. Hab ich? Ich komme. Wenn der springen würde. Mach Tür wieder zu. Ja. Nicht. Ja, ja, sobald du reinkommst, ist klar. Party aus. Jetzt du, der Haarlem Schenk. Ja, dum 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 dum. Was? Äh, ja, von wo auch immer der schießt der Typ. Ich hab nichts gesehen jetzt hier. Easy, bist du ganz oben? Ich bin ganz oben, ja. Okay, auf dem Balkon? Nö, hinten am Fenster. Ich gucke, beobachte den Hof. Da liegt doch was zu trinken. Wieso packt das denn keiner ein? Ops, sorry. Mh, der hat grad wie ein Ingame geredet. Jaaaa. Schöße, schöße, pscht, pscht. Oh, Mosin. Mosin war da. Das war Mosin, Schoss, einer genau. War hier irgendwo bei mir. Also oben ist ganz gut. Bei dir? Das war voll dicht bei uns. Jetzt im vier Ohr, Mosin! Jetzt, jetzt ist Krieg hier. Jetzt geht's ab. Soll ich mal ein Cliffhanger machen, aber das wär fies. Der hat doch echt gebackte Moni 100 Pro. Der schießt, der schießt zwei aufeinander. Wow! Alter! Aber wohin? Ganz nah? Die Jämen, wo es einschlägt, ne? Der schießt auf das Gebäude, da wo die anderen sitzen. Alter, wie viel Schuss hatte, hat der eine Para gefunden, oder was? Ich renne jetzt vorne raus, oder? Vorne bist du irre, da! Der ballert dich sofort weg, der Typ. Aber der schießt ja auch hier hinten, schießt er ja auch, wo schießt. Ich würde hinten rausrennen, da haben wir die Mauer, da kann man... Ja, die sind eindeutig in dem Haus drin, ne? Wer kommt jetzt hoch? Keiner? Doch. Ne, wir sind hier unten gelaufen. Keiner kommt hoch. Okay, okay, okay. Easy, du kommst runter. Ne, ich bin nach oben. Ne, wir gehen jetzt runter, ich brauche jetzt zwei weitere Männer und dann rennen wir mal raus und rennen rechts zur Wand. Ich geh mir grad den Typ an, der da selbst Gespräche führt. Rechts zur Wand. Rechts zur Mauer dort. Rechts zur Mauer, wer kommt mit? Doch kirche zur Kirche, oder wie? Noch nicht, noch nicht, stell dich mal erstmal hinstellen, erst hinstellen. Wartet nicht, ich wohne nicht. Ne, nicht zur Kirche. Ne, hier rechts raus und dann da. Okay, ich komm mit, ich komm mit. Zähl runter, Erik, und dann rennen wir los. Ey, hört ihr den Typ nicht? Ja, ich höre den auch. Erik, los, zähl. 1, 2, los. Ja. Das hat sich jetzt gelohnt, hier hin zu laufen. Keine Ahnung. Immer aber wenigstens erstmal wieder was. Also hier in dem Haus kann man nicht reingehen. Wer ist denn da? Mit dem roten Rucksack? Das ist, ne, nicht, nicht. Ja, und der komischen Hose. Ja, das ist, das ist doch da. Nabil? Ja, ja. Ja, ja, ja. Du kennst mich an meiner Strickjacke nicht? Strickjacke? Ich denke, das ist ein Down-Jakke. Äh, Down-Jakke meine ich, ja. Boah, ey, hättest du jetzt nichts gesagt, ich hätte ja nicht Schock gegeben, ne? Wohin jetzt? Hochhaus. Ja, keine Ahnung. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung. Wieder M4-Kart? Hier vorne in dem Essens-Häuschen. Ne, da hab ich reingeguckt, da war keiner. Da stand ich halt hier. Spring, spring, spring! Oh! Hier ist aber keiner vor euch. Guck, komm mal runtergerannt. Direkt auf Erpacker. Pssst! Jetzt hat jemand geredet wieder. Pssst! Spring, spring, spring! Ja, immer der Typ, der macht mich ganz nervös, der da immer am Quatschen ist. Das ist der, das ist der, der Dings, der Bambi. Aber wo ist der? Was der sagt, der sagt die ganze Zeit, ich hab keine Ahnung. Hier ist der! Wo? Ja, ist wo? Hat die nicht gerade ne Waffe durch die Wand geglitscht? Keine Ahnung. Recht ist der in dem Dingshäuschen, mit dem Restaurant? Nein, hier in dem Hohne! Hier packt die ganze Zeit ein Bambi bei mir her, der da redet. Vielleicht ist der auch unterm Hochhaus, wie ich in der Experimente. Ich komm jetzt mit dabei. Das kann sein, das kann sein. Der hängt dort falsch fest. Obwohl, ne, die Schüsse, der hat er rausgeschossen. Nerv nicht, ich hab nix, Mann. Nerv nicht, ich hab nix, Mann. Auf den Dächern ist keiner, ne Robin? Ja, ich weiß. Habt ihr gehört? Nerv nix, nerv nicht, ich hab nix, Mann. Ja, hab ich auch gehört. Verpisst nicht, Junge. Dann erschieß ich dich auch nicht. Verpisst dich einfach. Wollen wir jetzt da reinstecken oder nicht? Ey, erschieß den, erschieß den. Ja, eben einfach in die Beine, in die Beine. Ne, dann labert der ja weiter. Erschieß den komplett. Kommt wer mit oder nicht? Bist du jetzt rein? Ich suche mal noch den Typen mit der M4. Erschieß, ne, wir sind ja hier im Einzelnen, ne? Ja, gleich werden wir alle erschossen. Oh, wenn du bist mit hier unten gerade, oder? Ich renne jetzt hier rüber. Wollen wir jetzt das Einzelne rein? Ich renne jetzt hier rüber. Wer hat denn die kleinen blauen Backpack? Ich. Noch lebig, noch lebig, noch lebig. Ich hab n' Motorrad. Ich komm auch rein. Gehst du? Und du gehst rein ins Ding, wir sind noch nicht rein. Ich bin rüber gelaufen, habt ihr gesehen? Am roten Backstein. Rotes Backstein. Ist die im Einzelnen? Ne, da ist irgendein am Backstein. Rotes Backstein, rotes Backstein. Hier drüben, hier drüben bin ich. Komm, easy rein hier. Wir brauchen echt mal so, so n' Merkmal. Die rote Jogginghose, nichts ist besser als die rote Jogginghose. Rote, wo bist du? Weil die ist so selten. Bei der Schreine, gleich hinter dem einzelnen Apartment. Aber mit wem zum Fick hat der Typ geredet? Wer hat geschossen? Wann? Die ganze Zeit? Dorthin laufen zwei. Wer ist das? Wo? Richtung Apartments. Höhe Kirche. Ich hab's aus dem Apartment gesehen. Ich bin an der Kirche. Zwei fullgegierde waren dort. Wart ihr das? Ne. Aber ganz weit vorne. Rote Hose? Ja, das bin ich, Rote Hose. Ne, ne. Ja, ja. Wir gehen ein Stück hoch. Ich bin an der Kirche. Wo, 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 wo? Ich bin an der Kirche. Ich bin hinterm Apartment. Irgendwo hat eine rote Trainingshose an. Ja, das ist ja. Da kommt ein Zombie hin. Ich hab's schon gerade dort gesehen. Warum? Ich bin der Hipster, das heißt. Warte, ist das einer von uns hier? Ich bin das, ich bin das, ich bin das. Okay. Alter, der macht mich fertig. Wir brauchen andere Rote Hose. Die kamen von Richtung, die kamen aber von Richtung den Hügel dort gelaufen. Hügel. Ja. Bin Nackelfuß hier. Naja, okay, dich erkenne ich. Da kommt ein Zombie jetzt zu uns, ne? Oh, jetzt. Easy. Ich bin hier hinter dem, ich bin hinter dem gelb-grünen Häuschen, rechts davon. Dahinter, da warst du vielleicht das doch vorne. Da kommt der Zombie? Ja, ich muss dann erschießen, wenn er auf mich zuläuft. Wenn, wenn das andere warnt, dann sind die dort. Wo läuft der Zombie? Okay, jetzt kommt irgendwie her. Die, bist du schon ganz oben? Nee. Schuss! M4? Ich, ich, ich. Sag das bitte an. Hab ich. Nö. Doch hab ich. Ich bin gelb-grünes Häuschen. Ja, da bist du, da sehe ich. Genau. Okay. Und vielleicht warst du das doch von vorhin. Du hast zwei gesagt. Aber da sind zwei gelaufen, dort an der Stelle. Ein Stück noch weiter dahinter. An dem Haus dahinter noch. Wer läuft vor dem Haus lang? Okay, das heißt hier. Oh, okay. Warte, ihr meint ja, vielleicht ist der da reingepackt in die Treppen, ne? Komm mal aus. Ja, das sieht man auch nicht von außen. Ja, das sieht man auch nicht von außen. Ach, doch sieht man doch von außen. Welche Etage bist du? Wie siehst du schon ganz oben? Ich bin vorletzte, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich bin ja in so einem Fenster, mich siehst du schon blau aus Bandana. Ja, das heißt, ich bin in so einem Fenster von mir im Treppenhaus. Wenn du hochkommst, Robin. Ja. Ey, wo läuft der Zombie? Okay. Wo läuft der Zombie hin? Wann sie ist da einer? Komm mal einer? Wo läuft der Zombie hin? Äh, der läuft einfach mal, äh, durch zum Straße. Ich geh noch ein über. Hä? Ich geh mal durch. Volg dir mal. Ja, da läuft der Bambi, der Bamba, der Bambi, der die ganze Zeit labert. Ja. Wo ist er? Können denn nicht jemanden in die Beine schießen? Nein, kannst du nicht. Dann labert der ja immer noch. Ist egal. Dann labert der noch mehr. Ja, aber dann können wir uns von ihm entfernen. Wo seid ihr jetzt? Okay, mein, der ist noch kurz. Der ist weggelaufen, der Bambi. Ich bin immer noch am rot-grünen, nee, was? Orange-grünen Haus. Boah. Ja, wir sind in dem einzelnen Apartment. Nö, einige sind auch vorne reingelaufen, oder? Und ich? Ne, der Robin, äh, Erik und ich, wir sind hier im Einzelnen. Wir sind hier, ja. Okay, okay. Kommt jetzt auch noch ein, ja, ja. Das wäre schon am besten überhaupt nicht. Kann ich dir jemand auf dem Dach nennen? Wo ist jetzt bitte der Schütze mit der M4 die ganze Zeit? Also vielleicht war der echt hier reingelaufen. Schon mal in diesem grünen Haus geguckt, in diesem, wo man so eine Treppe hochgehen muss. Ne. Was dir gegenüber ist? Ne, ich sehe es aber, ne. In der Treppe ist er nicht. Aber von hier hat er geschossen. Also in Apartments ist er nicht reingelutscht in den doppelten. Aber der kann nicht aus dem grünen geschossen haben, weil der hat, wo wir vorhin da hinten waren, hat sich das von den Apartments angehört. Ja, ich habe es sogar gesehen, das Mündungsfeuer, der war, ist da reingelutscht, denke ich, und hat sich ausgelaufen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der hat dann auch geschossen, bis wir losgelaufen sind. Ja eben, und dann auf einmal, vielleicht hat er uns gesehen? Jawohl. Ja doch, wenn du da drin sitzt, siehst du das. Ja. Du bist an den Containern vorne, ne? Okay.